Warum Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken schlechte Bodybuilding-Übungen sind. Sorry, YouTube mag so Trigger-Videos. Ne, Spaß beiseite. Worum wir uns heute mal kümmern wollen ist, wie identifiziere ich gute Übungen im Bodybuilding zum Muskelaufbau. Tatsächlich ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ein Stück weit war, ein Stück weit falsch. Und das wollen wir uns mal anschauen, warum das so ist. Was ist erstmal unser Ziel? Unser Ziel ist es, zielgerichtet Muskeln aufzubauen. Das heißt, wenn ich mich entscheide, Übung A zu machen, dann ist erstmal mein Gedanke, welchen Muskel möchte ich trainieren. Dann sage ich jetzt zum Beispiel, okay, ich möchte meine Brust trainieren. Dann ist jetzt die Entscheidung 2, welche Übung liegt mir gut, welche Übung macht mir Spaß und dann geht die Arbeit los. Dann heißt es, ich integriere diese Übung in meinen Plan. Ich entscheide mich, zum Beispiel, ich mache zwei Sätze. Diese zwei Sätze steigere ich in jeder Einheit. Was ist jetzt zu beachten bei einer Übungsauswahl? Es gibt hunderte Aspekte. Wir werden uns mal ein paar der wichtigen rauspicken. Aus meiner Sicht immer sehr wichtig, insbesondere wenn man bei einer Übung mit progressivem Gewicht arbeitet. Was unser Ziel immer sein sollte, ist, dass die Übung nachhaltig ausführbar ist. Das heißt, dass sie zu dir, deiner Gelenkstruktur, deiner Anatomie passt und langfristig keine Gelenkprobleme verursacht. Weil letztendlich, selbst wenn du eine Übung hast, die super Muskeln aufbaut, aber die langfristig Gelenkschmerzen, Probleme mit den Bändern oder Sehnen beschert, dann hilft es dir nichts, wenn du mit dieser Übung super Fortschritt machst, wenn du danach wochenlang ausfällst oder nur mit reduzierter Last sehen kannst. Und dementsprechend, Aspekt 1, Nachhaltigkeit. Aspekt 2 ist die Stabilität der Übung. Jetzt kommt der Punkt, der im Bodybuilding und gerade auch bei Tipps an Anfänger sehr oft falsch gegeben wird. Übungen, die möglichst viele Muskeln auf einmal trainieren, sind nicht besser im Bodybuilding, sondern schlechter. Warum? Wie wir ganz am Anfang diskutiert haben, ist mechanische Spannung, also im Prinzip die Wiederholung, nah am bis zum Muskelversagen, der entscheidende Faktor der Muskelwachstum auslöst. Was passiert jetzt, wenn ich eine Übung habe, wie jetzt zum Beispiel Kreuzheben, wo möglichst viele Muskeln auf einmal mitarbeiten müssen, um diese Bewegung effizient und stabil auszuführen? Was passiert ist, zum Beispiel die Quarz arbeiten mit, der Rückenstreker arbeitet mit, die Glutsarbeiten mit, der Beuger arbeitet mit, Trapez und Oberrücken müssen isometrisch halten. Jetzt ist die Frage, wie viele von diesen Muskeln erreichen das Muskelversagen oder kommen nah ans Muskelversagen und bekommen dadurch dementsprechend einen signifikanten Wachstumsreiz und wie viele von diesen Muskeln werden einfach nur mit ermüdet, müssen hart arbeiten, aber nicht hart genug, um einen relevanten Stimulus zum Muskelwachstum zu bekommen. Und das macht manche Verbundübungen tendenziell schlechter als gezieltere Übungen. Je besser wir einen Muskel isolieren können. Umso zielgerichteter können wir diesen Muskel ans Versagen bringen und umso weniger müssen wir Hilfsmuskeln belasten, die dadurch mehr Arbeitskapazität haben für die Übungen, bei denen sie wirklich beansprucht werden und nah ans Muskelversagen gebracht werden. Das ist jetzt mal der Hauptgrund, warum ich dieses Einstiegsstatement gemacht habe, dass insbesondere Kniebeugen und Kreuzheben, aber auch Bankdrücken nicht optimale Übungen sind. Das heißt, wir haben bei allen Übungen freie Gewichte, wir müssen sehr viel stabilisieren, wir können aus Studien einwandfrei ableiten, was das Aktivierungspotenzial angeht. Je mehr Hilfsmuskeln aktiviert werden, umso geringer ist die Aktivierung im Zielmuskel, selbst wenn dieser Zielmuskel der ist, der als erstes versagt. Faktisch gesehen. Jetzt gucken wir uns die Realität an. Tausende und wahrscheinlich hunderttausende Bodybuilder und Kraftsportler haben eine gute Brust mit Bankdrücken, gute Beine mit Kniebeugen und einen stabilen Rücken mit Kreuzheben aufgebaut. Dementsprechend, es geht wieder ums große Bild. Wenn du diese Übungen korrekt ausführst, hart trainierst, keine Probleme mit den Übungen bekommst und progressiv stärker wirst, dann werden dir diese Übungen auch potenziell super Muskelaufbau bescheren. Was ich dir hier aber zeigen möchte, ist, wie du an eine Trainingsplanung rangehst. Und da gilt es eben auch, andere Aspekte von Übungen zumindest zu beleuchten. Man kann dann sagen, gut okay, ich bin mir der positiven und negativen Seiten einer Übung bewusst und treffe eine Entscheidung. Zum Beispiel, ich bin mir dem bewusst, dass ich beim Bankdrücken durch die Langhandel in eine sehr starke Abduktion des Ellenbogens komme. Also in eine sehr weit ausgestellte Position. In den nächsten Folgen kommt mal irgendwann ein Kapitel zur Brust. Da werden wir uns anschauen, warum genau wir uns andere Drückvarianten eventuell bevorzugen sollten. Aber der Punkt ist, beim Bankdrücken bin ich zum Beispiel durch diese Position der Langhandel sehr stark in die Abduktion gezwungen. Diese starke Abduktion, wenn ich eher hier drücke, als hier drücke, sorgt für mehr Spannung auf der Bizepssehne und letztendlich sogar weniger Aktivierungspotenzial in der Brust, weil ich letztendlich, wenn ich so drücke, dem Faserverlauf der Brust entspreche und so die Brust nach hinten ziehe und letztendlich mehr Spannung auf die Bizepssehne als auf die Brust gebe, wenn ich hier an diesem unteren Punkt bin. Das heißt, natürlich kann ich die Brust mit Bankdrücken super trainieren, aber ich habe erstmal eine Übung, die, wenn ich nicht mit einer bombensicheren Rotatorenmanschette ausgestattet bin, langfristig zu Schwierigkeiten kommt, weil ich tendenziell immer so drücken muss und nicht so. Zweitens, ich habe ein freies Gewicht, also ich muss die Langhandel im Raum stabilisieren. Auch hier der Nachteil, ich muss stabilisieren, ich habe mehr Hilfsmuskeln, die arbeiten müssen. Schulter, Trizeps, Rotatorenmanschette müssen viel mehr stabilisieren als bei einer geführten Übung. Dementsprechend weitere schlechte Aspekte. Das heißt, hier zum Beispiel können wir jetzt sagen, okay, eine Brustpresse, in der wir in so einem Winkel drücken können, ist besser, weil gesündere Armfahrt, nachhaltig, per se gesagt, besserer Fit für die Gelenke und für die Anatomie der allermeisten Menschen. Und zweitens, es ist geführt, stabilisiert, dementsprechend wird mehr Output auf den Zielmuskel gelegt. Also, Bankdrücken ist keine schlechte Übung, aber das sind die Gedanken, die man sich machen kann, warum es vielleicht bessere Alternativen gibt. Kniebeugen. Es kommt auf deine Anatomie an. Wenn du zum Beispiel sehr kurze Oberschenkel hast, dann wirst du sehr aufrecht beugen können. Je aufrechter du beugen kannst, stark verallgemeinert gesagt, umso mehr Beugung im Knie und umso weniger Hüftflexion brauchst du, um tief zu kommen. Das heißt, ich kann eine sehr aufrechte Kniebeuge machen, die sehr viel Fokus auf meine Quatsch legen wird. Andersrum, wenn ich sehr lange Oberschenkel habe, dann werde ich eventuell mit einer stärkeren Vorlage arbeiten müssen. Das heißt, diese Kniebeuge wird automatisch hüftdominanter, beansprucht also mehr Gluteus und unteren Rücken, sieht von außen immer so aus wie diese Kniebeuge, die ein bisschen erzwungen ist. Und jetzt kann man zig kleine Korrekturen machen, um diese Kniebeuge trotzdem noch optimal leer zu machen. Aber vielleicht wäre es sinnvoll, wenn du merkst, dass deine Anatomie nicht dafür gemacht ist, um quaddominante Kniebeugen zu machen. Auch hier schauen wir uns noch an, was ist eigentlich eine quaddominante Verbundübung für die Beine und was nicht. Aber der Punkt ist erstmal, wenn du jetzt merkst, du bist nicht für die Kniebeuge gemacht, du fühlst dich nicht wohl da drinnen, dann brauchst du keine Kniebeuge, um hervorragende Beine aufzubauen. Und das ist eines der Beispiele, was auch im Bodybuilding schon an vielen Profis ebenso belegt ist, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere Kniebeugen gemacht haben und danach nicht mehr oder auch komplett damit aufgehört haben. Also auch hier, sind Kniebeugen eine schlechte Übung, um Beine aufzubauen? Guck dir Tom Platz an. Ganz bestimmt nicht. Gibt es für dich jede Menge alternative Übung, die du machen kannst, wenn die Kniebeuge dir nicht liegt? Hundertprozentig. Du könntest zum Beispiel in den Hecksquad gehen und hättest auch hier wieder den Stabilisierungsaspekt. Du kannst die Hüftflexion etwas rausnehmen, heißt dich mehr auf Quatsch statt auf den Gluteus konzentrieren und hast dementsprechend eine bessere Übung für dich, wenn du von Natur aus kein guter Kniebeuger bist. Das sind so ein bisschen Punkte, die ich euch aufzeigen möchte, wo es darum geht, wie in Folge 1 gesagt, nicht schwarz-weiß denken. Kniebeuge ist nicht gut oder schlecht, Banklücken ist nicht gut oder schlecht, Kreuzheben ist nicht gut oder schlecht. Es geht darum zu sagen, wie gut passt die Übung zu mir, welche positiven, welche negativen Aspekte hat die Übung. Wie wir gute und schlechte Übungen für einzelne Muskelgruppen identifizieren, das werden wir uns noch sehr ausführlich anschauen. Wir werden in Zukunft noch durch jede einzelne Muskelgruppe durchgehen. Wir werden uns hier im Powerhouse auch einige Geräte anschauen, an denen wir das verbildlichen können etc. Um das Ganze jetzt abzuschließen, noch kurz ein Kommentar zu Kreuzheben. Beim Kreuzheben ist einfach der Hauptnachteil der, den ich ganz am Anfang genannt habe. Jede Menge Muskeln arbeiten mit, aber es ist sehr schwer, nur einen einzelnen Muskel zum Muskelversagen zu bringen. Wenn du jetzt Kreuzheben so lange machst, bis du die Stange nicht mehr hochheben kannst. Kannst du mir sagen, welcher Muskel das jetzt bedingt? Kannst du mir sagen, ob dein Gluteus, deine Quatsch, dein untere Rücken aufgeben? Vielleicht kannst du sagen, wenn dein untere Rücken die Last nicht mehr stabilisieren kann und du krumm wirst. Aber ansonsten wirst du mir keinen Muskel nennen können. Höchstwahrscheinlich, der jetzt explizit versagt hat. Ich nehme jetzt mal das krasse Gegenbeispiel. Du machst einen Butterfly. Du hast eine Bewegung über ein Gelenk. Wenn du hier versagst, wenn du hier nicht mehr nach vorne kommst, kannst du einwandfrei sagen, das war meine Brust. Sagt, wirst du noch Isolationsübungen machen? Deswegen kannst du bestimmt nicht. Quatsch. Aber es geht darum zu sagen, ich kann Übungen zielgerichteter machen. Und ich könnte zum Beispiel sagen, hey, ich kann ein gestrecktes Kreuzheben machen, wenn ich meinen Beuger stärker betonen möchte. Und der Beuger versagt sich wahrscheinlich zuerst. Ich kann eine Romanian Deadlift Variante machen, wenn der Fokus mehr auf den Gluteus statt auf den Beuger liegen soll. Und in beiden Varianten kann zum Beispiel der Rückenstrecker trotzdem einen hervorragenden Stimulus mit abbekommen, ohne dass wir uns ganz diesen systemischen Abschluss geben. Das heißt, was hier auch zu beachten ist, wie viele Regenerationskapazitäten braucht eine Übung? Ich bin der Letzte, der euch dafür warnt, oh mein Gott, ihr dürft nicht ins Übertraining kommen. Ich bin der, der euch sagt, trainier hart, trainier bis zum Muskelversagen, such dir Übungen, die dich herausfordern. Aber such dir Übungen, die dir liegen. Such dir Übungen, die du nachhaltig ausführen kannst, ohne dich zu verletzen oder ohne in Schmerzen und Probleme zu kommen. Und mach dir Gedanken darüber, wie wirken sich diese Übungen auf deinen gesamten Trainingsplan aus. Kosten nutzen. Wenn du von drei Sätzen kreuzheben, fünf Tage platt bist und es einen negativen Übertrag auf zwei Folgeeinheiten hat, dann ist es das Ganze höchstwahrscheinlich nicht wert. Wenn du total Bock auf Kreuzheben hast und sagst, ey, ich wachse davon gut, ob das jetzt die optimale Übung ist oder nicht, ist mir egal. Natürlich, mach sie. Überleg dir einfach nur, sei dir bewusst, was sind die Konsequenzen, was sind die Eigenschaften einer Übung und was ist der Übertrag dieser Übung auf meinen gesamten Trainingsplan. In Zukunft schauen wir das alles nochmal im großen Detail an. Wichtig hier nur für mich, wie immer, lernt die Dinge differenziert zu betrachten und vor allem habt keine Scheu davor, euch diese differenzierten Gedanken selbst zu machen. Lasst euch nicht von irgendwem erzählen, das ist gut und das ist schlecht. Das ist so eine generelle Botschaft dieser Serie. Bei den meisten Menschen, die in Absoluten reden, die sagen, nur das, nur das nicht. Das ist das Beste. Das ist das Schlechteste. Nicht nur im Bodybuilding, sondern in allen Lebenslagen wäre ich ganz, ganz vorsichtig, weil so funktioniert es meistens nicht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.